So, Tagesaufgabe. Welchen Fehler wollen wir jetzt nicht wiederholen, den wir letztes Mal gemacht haben? Wir wollen nicht einen Händler verärgern und dann auf den Schwarzmarkt gehen. Das war echt nicht die beste Idee. Aber gut. Zing. Fängt schon mal gut an mit dem ganzen Gold. Da ist eine Falle. Bist du ein Skelett? Ja, aber kein richtiges. Zing. Und ich habe gerade einen Help gehört von da unten. Ich würde eigentlich ganz gerne das Gold da oben haben. Äh, nicht so. So. Du kommst mit? Ja, nö. Ah doch, warte mal. Ich kann einfach hier ein Seil schmeißen. Äh, Seil schmeißen? Keine Bombe. Das verwechsel ich doch ganz gerne mal. So. Kiste kommt auch noch mit. Und dann können wir zur Blondine. Was zur Hölle? Achso, Netz schmeißer. Ja. Okay. Kann man aber nach unten schießen? Nein. Das stelle ich mir sonst ganz praktisch vor. Man fällt irgendwo ganz tief runter und schießt einfach unter sich ein Netz hin. Achso, wir wollen, wo wollen wir überhaupt hin? Wir wollen ganz schön zickzack laufen. Warte mal. Weil keine Bomben verschwenden. Das wäre doof. Wir haben davon so wenig. Hops. Pju. Allein dafür ist die Waffe da schon wert. Sehr schön. Bist du ein Skelett? Zong, zong. Sehr schön. Äh, trotzdem. Oh, oh. Da ist der Haken. Oh. Und das löst sich auf. Aber ja. Zum Rumspielen. Sehr geile Waffe. Äh, jetzt aber weilen. Wegen. Äh. Oh, da ist die starre Falle. Das hilft so nicht. Oh, 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 oh. So. Achso, das müssen wir eh hier liegen lassen wegen der Blondine. Okay. Du, nach da. Schieb, 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 schieb. Bist ausgelöst. Sehr gut. Beilung, Beilung, Beilung. Geist, komm. Ja, das ist böse da. Äh, wir brauchen ganz schnell einen Pfeil. Da müssen wir... Oh. Wo kommst du, Geist? Nein. Das ist gemein, Geist. Okay. Dann komm hier oben hin. Dann laufen wir ganz schnell dahin. Schnappen dich. Laufen runter. Was zur Hölle ist das Weiße da? So, komm hier hoch, komm hier hoch, komm hier hoch. Nein, nein. Das ist doof. Erstes Level. 13.600 Gold. Ja. 138.000. Komische Eskimos. Wo zur Hölle bin ich? Ist alleine auf der zweiten Seite. Aber der Geist hat irgendwas mit den Rubinen gemacht. Das muss ich mir bei Zeiten nochmal angucken. Boah, ja. Jetzt spielen wir einfach nochmal. Das war doof. Ich war einfach zu gierig. Aber beim ersten Level muss man die Blondine mitnehmen. Das ist so ein Standard irgendwie. So ein extra Herz ist schon ganz schick. Bringt einem nur nichts, wenn man stirbt. Na gut. Denn halt keine tolle Tagesaufgabe. Vielleicht schaffen wir einfach so einen guten Run. Das wäre auch okay. So. Ganz viele Spinnen. Eine Spinnen weniger. Ah, ah. Lalala. So. Ist nichts passiert. Oh, da sind Edelsteine. Hier sind auch Edelsteine. Aber auch eine doofe Flattermaus. Oh, 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 oh. Ich habe einen Heidenrespekt vor den Steinen jetzt. Nix. Okay. Da kommen wir nicht durch, weil der Stein gleich im Weg ist. Aber wir müssen da hin. Also wird gesprengt. Genau. Hopps. So. Erst Blondin, dann retten. So. Runter, 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 runter. Hier kommen wir gar nicht. Hey, nein, nein, nein. Nicht mal. Warum musst du sowas immer machen? Wir müssen doch hier wieder zurück. So. Hoch, 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 hoch. Komm schon, wein. Wir wollen nicht schon wieder vom Geist sterben. So. Du, wurde schon ausgelöst. Jo. Da ist der Ausgang. Okay. Klopp. Draußen. Sehr gut. Jetzt hätte ich gerne die Edelsteine da oben. Und die paar Goldklümpchen hier. Okay. So. Nein. Das war knapp. Wenn es schlechter gelaufen wäre, hätten wir gerade drei Herzen verloren. Also einmal einen durch den Schlangenbiss und dann noch zwei durch den Pfeil. Aber irgendwas ist da unten beim Pfeil passiert. Ich weiß auch nicht was. Hm. Okay. Ein Herz verloren, ein Herz bekommen und ein Ticken mehr als 10.000. Auch nicht so viel besser, finde ich. Also irgendwie bin ich heute nicht in Fahrt. Oh, na gut. Hm. Der. So. Feitsch. 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 Nee, komm. Da riskiert ich nichts. Dich nehmen wir mit, falls wir es auslösen müssen. Ööö. Nicht die Stacheln. Okay. Blondine ist direkt vor einer Stachelfalle. Das ist auch sehr schön da unten. Und warte mal. Aha. Das war ein guter Wurf. Da ist der Ausgang. Oh. Das heißt, wir müssen uns durch den... Das ist doof. Okay, ich hätte gerne Bomben und Seile. So, und dann würde ich eigentlich ganz gerne wieder nach... Ah, das ist viel zu weit oben. Nee, komm. Wegen der Blondine jetzt so einen Riesenaufstand und zwei Seile und X-Bomben verbrauchen, muss nicht sein. So. Oh, 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 oh. Achso, du kannst keine... Ah, du kannst keine Leitern klettern. Okay, das merke ich mir. Haps. Weil der kann ja normalerweise Ebenen überspringen. Also sonst Schlangen, wenn die auf so einer Ebene sind, gehen immer hin und her, hin und her. Aber der mal einfach plumpst, plumpst und greift dann an. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass er vielleicht auch Leitern runterplupfen kann. Aber nein. Sehr schön. Blondine. Ist eingesperrt, richtig? Richtig. Kommen wir sonst nicht hin, außer wir springen. Also wird gesprengt. Wusch. So, du kommst mit. Kapput. Wir müssen gleich nochmal springen. Also bleib am besten hier unten und wir springen oben. So. Haps. Äh, okay. So. Oh, oh. Blondine einfach hinschmeißen und Warte mal, treffen wir dich so? Jo. Ja. Okay, ihr beiden macht das ja schon. Ich will erst mal die Kiste haben. Ja, ich weiß, das war nicht gerade Gentleman-like gerade, aber ich will die Kiste haben. So. Tutalang. Hups. Was haben wir hier Schönes? Ein Fallschirm. So. Ähm. Ähm. So war das nicht geplant. Ah. Nein. Raus, raus. Lauf einfach weg. So. Da ist der Schlüssel. Ja, ich bin mal nett. Das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich die Blondine da lassen, den Schlüssel nehmen, damit die Falle auslösen. Anstatt wie immer mit der Blondine das zu machen. Und jetzt ist sie tot. Da will man mal netzen und dann sowas. Das ist eben... Oh, sterbt. Was zur Hölle ist das? 2500. Ähm. Du hast verloren. Achso. Ja, ich habe definitiv verloren. Ja. Aber wieder was Neues gelernt. Nämlich, dass das so ein komisches Rad gibt, da kann man Geld ausgeben. Wobei das gar nicht so schlecht aussieht, weil es gibt eine 50-50 Chance, auf was man gewinnt oder nicht. Also es gibt genauso viele Gold-Symbole wie Todessymbole. Aber es gibt ein extra. Und das ist das Geschenk. Also sollte man drehen, wenn man 2500 ausgeben kann? Ich weiß ja nicht. Na komm, einmal noch. Halte ich nicht so viel von. Da bewege ich mir die 2500 lieber für einen richtigen Shop auf und nicht für so einen Humbug. So. Und hier ist gar nichts. Geil, wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Zurück, zurück, zurück. Tod. Obwohl, warte mal. Könnte hier noch was sein. Schieb, 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 schieb. Außer springen. Oh, oh, da ist eine Kiste. Aber da komme ich auch unten rum ran. Sehr schön. So, 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 so. Ja, lauf. Nicht... will ich zum Ausgang will ich dich auch machen. Ich will dich mitnehmen und dann will ich zur Blondine. Dich will ich auch mitnehmen. So. So. Okay. Dich nehme mit. Nein. Oh, das ist ein schönes Level jetzt. Oh, das wird richtig viel Gold geben. Oh, Mist. Ähm. Mit dortem Stacheln? Nein. So, so, so. 1, 2, gut. Hab dich nicht getroffen. So, mit. Wegschieben. Geist kommt bald. Und wir liegen in der Zeit. Ja, sauber. Noch irgendwas hier zu erledigen. Nicht wirklich. Raus. Schön. 16.000. Knutschi. Kein Leben verloren. Erstes Level. So muss das sein. Edelstein. Blondine ist da. Zing. Kommen wir anders zu ihr. Wahrscheinlich. Achso, den Stein soll man mitnehmen. So. Hopps, 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 hopps. Komm. Oh, ein Kali-Schrein. Oh, das bringt alles nichts. Oh, was, wenn ich ein Schlüsselopfer? Mal gucken. Nö, will sie auch nicht. Oder nicht. Dann halt nicht. Kiste. Ich will nur ein bisschen rausprobieren. Äh. Komm, ich würde da gerne wieder hoch. So. Nö. Sie ist echt ganz schön pingelig, die Frau. Oh, Kletterhandschuhe. Und Bombenkiste. Ja, doch. Bomben sind toll. Haben wir schon ausgelöst, okay? Äh. Wir müssen eigentlich nach rechts rüber. So, Blondine. Aber irgendwie. Gucken wir gleich mal. Oh. Das ist echt ein tödliches Geschoss, das Ding. So. Also ich glaube, wir können den Götzen auslösen. Weil der Shopkeeper über der Götze ist. So, du läufst von alleine. Läufst hier lang, läufst hier lang, läufst hier lang. Mhm. So. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Das heißt, wenn wir den Schlüssel in Sicherheit bringen, und wir uns in Sicherheit bringen. Das wird nix. Wo kann ich die Blondine hinbringen, dass sie nicht runter... Achso, sie geht nicht über Leitern, richtig? So. So. Unterlaufen. So. Hopp. Nicht kaputt machen, nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. So. Dich haben wir abgegeben. Weitsch. Kalter Schauer, okay. Blondine, schnell... Oh, oh. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Nee, wird nix. Okay. Blondine wird im Stich gelassen. Dich nehmen wir noch kurz mit. Und raus. Schlüssel haben wir auch nicht einsammeln können. Nee, der Geist ist echt nervig. Also wenn ich ein bisschen weniger Panik hätte, sobald der Druck da kommt wegen der Zeit, könnte man den Geist eigentlich in eine ganz andere Ecke vom Dungeon locken und dann in Ruhe aufräumen, oder? Eigentlich schon. Das sind ganz schön viele Spinnen. Oh. Hm. Ich wollte es ja eigentlich in das Netz da oben kommen. Oh, okay. Das sind ziemlich... Ziemlich für die Spinnen. So, brauchen wir irgendwas noch mehr Bomben? Nein, brauchen wir nicht. Au. Genau. Springen einfach da rein. Ist okay. Oh, Ausgang. Äh. Au. Hey. Ich will nicht raus. Ich muss unbedingt Blondine finden, sonst kriege ich hier viel zu wenig Leben. Ah, ich will was. Aber das ist nicht hier. Stimmt wie da oben, hm? Also, also müssten wir aber das Stein-Ding da auslösen und dann den Weg nach oben sprengen und überhaupt... Genau, da oben müssen wir hin. Das wird nix. Das wird absolut nix. Ja. Okay. Explosionsradius, denke ich meistens dann. Aber Trümmer. Das habe ich jetzt gerade vergessen. Das wird nicht gut enden. Ein Leben jetzt nur noch. Keine Blondine. Wir haben Kletterhandschuhe, aber... Das ist auch nicht so toll. Dich sollte ich jetzt nicht mitnehmen. Lauf, 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 lauf. Oh, jetzt ist der stinkig. Hihihihi. Oh, oh. Da unten ist ein verrückter Shopkeeper. Zwei aggressive Fledermäuse. Ganz viele Stachelfallen. Ganz viele Sprengen. Ja, warte mal. Das Beste hoffen. Oh. Sehr gut. Besser hätte es nicht laufen können. Einzige Haken, die ich jetzt noch sehe, wir könnten eventuell sie verletzen. Oder ganz viele Bomben verschwenden. Eins von beiden. So. Mitkommen. Abgeben und raus hier. Nichts riskieren. Einfach raus. Zwei Herzen und im Dschungel. Und im Dschungel kann so verdammt viel schief gehen. Vor allem, wenn es stockduster ist. Dann ist das echt nicht nett gewesen. So, irgendwo schreit ein Blondina. Wir haben noch keine Fackeln in der Nähe, außer hier. Wo war der Schrei? Hier unten sind Piranhas. Sehr schön. Was, wir kommen hier gar nicht runter, ohne ins Wasser zu fallen. Und da ist der Tod. Gut. Ich mag dieses Level jetzt schon. So, raus, 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 raus. Aber dafür haben wir zig Tonnen an Bomben dabei. Die Musik ist ziemlich komisch, ja. Oh, oh, oh. Ja. Nicht ins Dunkel fallen. 40.000. Damit wäre ich wenigstens auf der ersten Seite gelandet. Brauchen wir es nochmal probieren? Nee. Ich habe heute nicht so wirklich gute Läufe. Also lassen wir es für heute und probieren morgen neue Daily. Bis denn.